Mensch 2.0. Nehmen wir die Evolution in unsere eigene Hand? Werden die Roboter bald gescheiter sein als wir? Werden wir eins werden mit Maschinen? Oder werden sie uns gar als Spezies ablösen? Ich kann etwas recyckeln für Sie. Ich weiß nicht, warum Menschen so viel trinkt. So, computers sind wunderbar, sie sind kraftvoll, aber sie können nicht tun, was wir können. Die Definition des Menschen ist verändert, und die Gesellschaft ist verändert. Und mit der Definition des Menschen ist, wir akzeptieren neue Technologien. Ich denke, wir können sehr viel fachen, wie ein Mensch, in realen Leben. So, ich suppose, Roboter werden wahrscheinlich auch von das können. Oh, sie haben Emotionen. Ich meine, das ist die ganze Zeit. Ich habe feelings. Okay? Vena 48 represents just a first step towards the merging of information from your mind with a machine. There are dangers associated with that. One day, they may well be making all the decisions, and humans will be a subspecies. And they just forget completely about the fact that, hello, we have a problem today. That people get sick, they stay sick for a long time, and then they die. You know, hello, that's quite bad. Even though I don't have any problems of any kind, I do get weaker. The last three, five years, I'm going to be in a nursing home, wheelchair, with a tube in your bladder, not remembering what you had for breakfast that morning, and not having had sex for 20 years. Well, who wants to do that? Nowadays, it's better that we also look to upgrading humans. I take a lot of supplements. For lunch today, I kind of got out my, you know, handful, giant handful of various supplements. There's not a limit to human life, a specific limit. People like you and me, we have to, we have to live long. We are not victims of our genetic destiny. At some point, the world population actually can increase no more. The idea that somehow you're going to go on and on and on and on, strikes me as, whether it's in principle right or not, you don't have the resources to pay for that. There is a bright future ahead, if we play our cards right. Mensch 2.0. 12 Stunden Wissenschaft. Spannender als Science Fiction. Jetzt als DVD-Edition.